meine damen und herren herzlich willkommen zu einer neuen folge just build zusammen mit fanta miau und tanz für rte tausend wir haben nämlich zehn minuten da kann man schon viel bauen und so ziemlich ich habe doppelte zeit genommen der passt glaube ich gut was es sieht nicht so schlecht aus wie gedacht schön aber auch nicht schön ordentlich hässlich ja nicht hässlich wobei man kann auch überhaupt nicht erkennen dass es sein soll ja 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 Stattdämpfer. Nein, ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht was. Ich kann das so, er ist nicht nehmlich. Ich bin nicht nehmlich. Das ist so. Ich bin nicht nehmlich. Es ist so wenig für 10 Minuten. Ich hab's nicht verwendet. Es ist so gewinnt aus wie 10 Minuten. und ich bin fertig ich bin auch fertig aber sieht nicht gut aus wirklich nicht gut es ist ist aber auch wirklich saur wenig ach komm man hätte den boden ändern können verdammt hätte ich machen ja hätte ich auch sagt geht so gut ich habe noch weniger gebaut noch weniger das bin ich das bin ich das sind aber viele grüner das ist ein schau zählt mehr Jürgen das ist das die Schatten herrschen das war's das ist so eine Rüstung zu müssen stellen um die Sachen das ist so gut ganz ehrlich auf die Idee das ist es ist billig also ich bin jetzt gespannt auf sein job ist es der was ich hätte mit legendär bewertet junge das ist voll hässlich ich hab der 1 wird gut bewertet sehr schön das ist gut ja gut er hat okay das sind wirklich gut ein erkannt okay es ist großartig ich ich gehe so großartig das gewinnt ja das ist ein das ist ein geht so ja das ist ein sehr solides geht so ja übrigens ein riesenbananen und riesenäpfel für den shopping cart genommen sehr schön dass wir das erkennen ah das war schaut doch eh voll geil aus ich sehe noch nix ja das ganz wahrscheinlich der ist voll geil ich wollte auch am anfangs einkauf sagen aber der muss doch nur groß sein geht so dass ein bisschen was drin das ein bisschen was geht so das ist das ist meins nur schlecht und ohne shopping cart das ist ganz ehrlich das ist ein bisschen was ich habe dir lieblich gegeben also bist du das bist du ich hab dir jetzt nicht bewertet tut mir leid gelassen flash up ne ich hab doch gesagt das ist meins das hab ich nicht gehört der macht ja nix die habe ich verloren junge ich hab dich nicht bewertet wegen einer mau verliert man nicht gell ja außerdem habe ich hey ich hab dir lieblich gegeben ich hab dir nichts gegeben ja das ist mau ganz ehrlich das ist ja das ist schön ja geht so aber ich mag irgendwie das nicht zweiter zweiter hey die die der war ich hab meine Damen und Herren das war es mit einer weiteren Folge Aber Leute, das war's mit dem Video. Habt ihr euch noch einen traumhaften Tag? Danke an alle, die mitgespielt haben und tschüss.